Sicherheitsanweis. Wenn Sie Ihre Zeit zu wichtig empfinden, dann empfehle ich, dass Sie dieses Video sich bitte nicht ansehen. Vielen Dank. Guten Tag, alle zusammen. Ich habe euch erwartet. Also, dieses Video mache ich nur, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe einfach keinen Plan, was ich machen soll. Ich mache das Video und habe auch nichts anderes zu tun. Es kam auch lange nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe alles verlernt. Ich habe alles verlernt. Ich frage mich gerade, was ich verlernt habe. Ich habe doch nichts verlernt. Ich habe doch Kuscheltiere gefilmt. Warum habe ich was verlernt? Also, ich meine, ja. Also, das Video mache ich nur, weil das letzte Video vor 1763 Jahren kam. Also, erstmal vor 1763. Das nennt man 1763. Vor so viel. Und das war in diesem Jahr. Also, das ist zweideutig ganz komisch. Weiß ich auch nicht. Also, das Video mache ich nur, weil es das letzte Video um 1763 kommt. Also, ich mache dieses Video, weil es ist... Hallo, gerade aus dem Cut. Ich wollte nur nochmal sagen. Ich habe halt wirklich den Text vergessen, was ich sagen wollte. Also, was... Ich weiß gar nicht, was ich im Video machen soll. Also, ich mache das jetzt gerade sehr spontan. So, ich... Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ähm... Ich muss gerade überlegen. Also... Hm... Wie willst du jetzt in Frankreich machen, oder? Hey, ich hatte mich doch gestern hingelegt und wollte machen... Wollte ein Video machen. Aber ich habe jetzt vergessen, warum ich ein Video machen wollte. Also, wenn man halt ein Video vergisst... Weil, wenn man halt vergisst, was man machen wollte, dann hat man es halt vergessen. So, das vergisst man dann. Und dann vergisst man auch, dass man es vergessen hat. Also... Vergessen ist ein ganz komisches Wort, ne? Eigentlich gar nicht das Thema. Thema sollte eigentlich sein... Warum kein Video kam. Das ist das nächste Video. Ja, ja. Das ist ja klar. Aber... Ich muss jetzt wirklich mal überlegen. Hä? Ich... Ich wollte ein Video machen, weil... Das Video... Also... Video... Wegen Video... Ich wollte ein Video machen, weil... Weil Video war... Ah! So! Also, die erste Frage. Warum kein Video... Äh, nein. Die Frage ist eigentlich kacke, irgendwie. Ja, warum kein Video kam. Ja, ich habe mir jetzt bessere Sachen zu tun im Leben. So, ganz einfach. Und... Und ich wollte einfach jetzt mal ein Video machen, weil ich habe Zeit dafür. Und so... Ich will jetzt gar nicht was machen, so. Ah, ja. Stimmt. Das werde ich am Ende ansprechen. Erstmal. So, das Linke beiseite. Dann wollte ich... Ich bin... Warum ist das jetzt auf einmal so spontan? Es ist... Drei Minuten und ich habe nicht... Eine... Idee, was ich machen soll jetzt. Also, drei Minuten. Warum mache ich dieses Video? Also... Dieses Video mache ich... Der Kanal... Hat 160 Abonnenten... Ja, 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 ja. Das ist eine hohe Zahl. Dafür, dass wir dieses Video vielleicht 15 Aufrufe bekommen. Das ist jetzt schon ein bisschen... Grenzwertig, ne? Äh... Ja. Ich wollte jetzt ein qualitativ hochwertiges Video machen, aber das wird jetzt nicht möglich sein, ne? Das ist jetzt irgendwie komisch, ne? Aua! Was soll ich jetzt tun? Hat jemand eine Idee? Dann kann er in der Kommentare schreiben. Wenn du noch da bist, danke schön, dass du das siehst, aber... Bitte sag in die Kommentare, was ich machen soll. Bitte, bitte, bitte. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Okay, ich wollte einen Stream machen, aber das ist nicht möglich, weil ich das nicht machen kann. Ähm... Ja, warum kein Video kommt, also... Naja, das habe ich doch angesprochen. Wieso mache ich überhaupt ein Video, wenn ich nicht mal weiß, was ich jetzt für ein Video machen soll? Ich glaube, ich überlege jetzt, ob ich irgendwie ein Spiel spiele oder sowas. Ach, nja. Sagen wir mal so, bei 50 Aufrufen, was eigentlich gar nicht möglich ist, dann... Dann... Werden ich ein neues Video tun haben. Und wenn das erreicht wird, dann wird dieses Video auch um was handeln. Also, ihr könnt gerne fragen, das ist jetzt langweilig so, fragen oder andere Sachen in die Kommentare schreiben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe eigentlich im Hintergrund... Soll ich jetzt irgendwas machen, was unterhaltsam ist, aber... So, was soll ich jetzt tun? Also, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich machen soll, Fragen stellen, dass irgendwas in dem Video unterhalten wird. Das ist, äh... Bei... Bei... Bei 50 Aufrufen, bei 5 Likes... Ne, bei 50 Aufrufen, bei 10 Likes oder bei 15 verschiedenen Kommentaren, also Leuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann! ... Musik Untertitelung des ZDF, 2020